Jetzt sag ich, wo wir lang gehen. Wir gehen in die Flush Factory. Schatz, ist die Heizung an? Steh ich so? Mir ist so warm. Ist die an? Nein! Wie ist es aus? Ich schwitze die Sau, ich habe gerade Hormonstoß, glaube ich. Warum spricht der Hormonstoß? Warum spricht der Hormonstoß? Warum spricht der jetzt? Ist alles gut? Nein, mir ist viel zu heiß gerade. Schatz. Mir ist viel zu heiß und frisst trotzdem. Ich kaue auf meinem Zungenpiercing. Warum kaust du auf dein Zungenpiercing? Nein, nicht kauen, ich mache so an die Zähne. So knapper. Genau, danke. Warum klapperst du mit deinem Zungenpiercing? Angewohnheit. Wenn du Zungenpiercing hast, machst du es automatisch. Du hast keine andere Schuhe. Harte. Ah ja, dann kennst du es ja. Eglichtig, Digga. Den bänden du das. Weißt du, was Zungenpiercing für einen Vorteil hat beim Lecken? Ab nochmal. Ja, wer sagt aber, dass ich lecke? Widerlich. Ich lecke keine Frauen, Digga. Die müsstest du mich lecken haben. Die schöne Möse lecken. Das ist wie gut Kuchen essen. Ich bin Feind bei sowas. Der hat gerade Höhe gemacht. Der Piercing-Hass. Der Piercing-Hass ist bei mir wie bei Syrah, Digga. Genauso schwulen sind. Schatz, echt jetzt? Das ist meine Busch. Keiner Busch. Ich habe Schamharte, deswegen passt. Lass mich. Alter, ich habe nicht mal eine Waffe. Was folgst du mir? Ich habe nicht mal eine Waffe, Alter. Ja doch, Zungenpiercing reicht doch. Zungenpiercing reicht doch. Entschuldigen sie sich. Das ist meins. Kennst du? Ich liege überall Waffen rum. Nein, nirgendwo. Ich habe nicht eine Waffe. Ich habe alles ohne Waffen. Ich habe auch keine Waffen. Ich habe 8 Munitionen. Ich habe nichts. Ich gehe den Berg da hoch. Verkauf euch. Und doch nicht. Aua mal. Boah, was redest du da, du? Du Spass. Hä? Wo warst du heute hässlich? Hä? Nein. Was sag ich? Du bist eigentlich ein komplett Camper. Du bist MPs, deine Bies. Ach, ach. Ich habe eine MP. Sowas will ich nie wieder hören. Ich will es nie wieder hören. Ich will es nie wieder hören. Was willst du nicht mal hören? Was willst du nicht mal hören? Sie sagt sie war heute hässlich. Nein, was? Alter, wie süß aus. Wer war heute hässlich? Ach, so der Anna. Anna? Ja. Oh mein Gott, solche Weiber würde ich am liebsten in die Schnauze schlagen. Können wir in Blasen. Boah, ich haze solche Weiber. Das ist so nice. Sie war bald mit Jogger und so. Die wollen doch, die wollen doch, die wollen doch, die wollen doch, dass du das sagst. Die wollen doch das. Ey, ich hasse solche Frauen. Sag mal, du hast recht, guck mal, wie die dann reagiert. Ja, du musst wirklich mal sagen, stimmt, aber die anderen Tage schoss gut aus. Alter, die rastet aus. Gibt dir noch keine Augen, als ich habe kennengelernt? Ja, ich hasse solche Weiber. Bei mir ist es scheißegal, wie ich ausschaue, ganz ehrlich. So, die war ja heute bei mir. Frag mal Rico, ich bin mit Rico ungeschminkt Shisha rauchen gegangen. Juckt mich nicht. Wem juckt das? Ich bin mir scheißegal. Miese generell, scheißegal. Zum Date würde ich so kommen, wie ich immer kriege. Ich würde sogar mit Schwanz kommen. Ey Rico, hier liegt ein Rabbler mit 18 Dinger. Ich habe einen mit 20 Dinger. 19 Dinger. Ey 19. Bleib stehen! Ich habe ein Geschenk für dich. Okay. Schön, dass ihr einfach ohne mich geht und ich immer noch nur eine Wasser habe. Ne, ihr Leute, seht ihr das? Und genau aus dem, wo bin ich schwul. Ach Quatsch. Heute warst du schon extrem hässlich. Also nicht so wie die letzte Male. Hat der 18? Sonst. Nein, Spaß. Du warst heute schon eine ganz süße. Halt die Flesse, er pusht immer noch. Ja. Eier eingezogen, ne du Schwanz. Frag mal, wie ich bin. Nein! Ich bin immer ehrlich. Sie hat einen neuen Parfum gekauft und sagt Scheiße. Oder? Nein, Alter. So, sie war ja ganz süß. Ich bin halt bei mir dort bei der Erwerheit. Du schlägst doch. Ich weiß, wie du bist. Ich kenn dich am besten. Glaub mir. Oh, die kenn ich seit 8 Jahren, Mann. Da brauch ich nix vorspielen. Guck, ich weiß, wie du bist, Digga. Sie kennen mich ja nicht. Ey, Jo, Milis hängt immer noch um. Ja, weil ihr Pisser seid und nicht auf mich wartet, Alter. Wir sind auch Pisser. Wir pissen im Stehen, weil sonst der Schwanz im Wasser hängt. Einen, Bruder. Einen. 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 Einer hat zwar Inwuchs, aber Einen. Warum Pisser, Digga? Wir sind Pisser. Jeder ist Pisser, irgendwie. Also, wenn man das so sagt. Darf. Außer Marvin. Der ist Arschgeber. Oh. Das ist Maurice. Lass du dir Halkwand umknicken. Oh. Den haben schon Menschen genommen. Den Luftgang. Oh. Ich weiß nicht. Morise, Babo, Beep. Item, Flag, Conor. Boah. Gib mir die Boonie. Gib mir die Boonie. Gib mir die Boonie. Motherfucker Boonie. Merklo. 26. Ich bin oben drauf. Hier ist nichts. Mayday. Mayday. Roger. Roger. Wenn Shining ist das Tempo zu, das schaffst du selber einzufügen, oder? Ja, Shining ist eben guckig. Also, wenn du... Ist das schwerer? Oder ist es wie bei Alpfalz? Boah, du musst halt ein, zwei Sachen ein bisschen verachten. Ach so, du meinst bei achtem Telefon. Ich werd das sehen, wenn ich den Code einbauen will. Ist das ein bisschen anders, als es im Tutorial ist. Ja, und es wird ein bisschen rum... Es wird ein bisschen rum bangen, aber... Ja, dann hab ich ja nicht dafür, wenn ich das einbauen halt gut. Ja, klar. Nee, bei Fragen. Bei Fragen, mein ich. Ich seh ja aus, wie es das Wort geht. Du kriegst jetzt ne Antwort von mir. Echt? Findest? Find ich nett. 1000 Euro. Das ist die Antwort, Krieger? Ja, Gegner, Gegner. Ich hab... Ich hab nur ne Antwort bekommen mit hahaha. Okay. Du bist ne Schlampe. Ich hab Zeit zum Finishing. 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 Wird auch Schramm. Hahaha. Wo ist denn der? Murug. Oh Gott. E, 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 e. Wo sind die Murug? Ey, du Lohn, ne? Oh. Hier ist er. Hier. Where, 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 where? Ich geh hoch auf Dach. Meine Zone. Er ist geriftet. Er ist geriftet. Er ist geriftet. Komm weg, weg, weg. Achtung Zone. Das ist meine, Digge. Ja. Ja, trotzdem mach die Doppen Aue. Egal, Digge. Ich brauch Leben, Digge. Ich hab nicht auf Diggge. Achtung, der landet hier. Wo? Ich weiß es nicht, ich seh nur das Ziel. Jaja, die holen sich jetzt den High Ground, D er. Ja, das war's. Lass ihn nicht pushen. War's wieder zu gierig, ne? Nein, nein, ich hab ausgesehen. Ich wollte meinen Busch anziehen. Warum kannst du Kleinsauce einbauen? Warum? Kleinsauce ist echt viel. Ja, also, deswegen. Viel heißt dann meistens die meisten Bugs, die man verursacht. Lucksack hier. Komm, im Endeffekt kannst du doch mir die Dateien eigentlich schicken vom Kleinsauce. Und ich bau dann dieses Thema los. Da hab ich bestimmt alles mit Define eingebaut. Und ich bau einfach dieses Thema auch dann da aus. Ich hab einen Rift. Du sagst jetzt grad wirklich zum Bahnmantel mit Define, oder? Was? Du sagst jetzt grad wirklich zu mir mit Define? Ja, okay. Ich bau's bitte hin. Die kommen, die kommen, die kommen wieder. Ich bau so viel, das ohne Define sein. Ich rifte hinterher. Ich rifte hinterher. Das war jetzt auch mein Gedanke. Der Rift ist weg. Leute. Äh, scheiße. Wenn ich jetzt wegen euch sterbe, ne? Wenn ich jetzt wegen euch sterbe, ne? Glaub ich. Leise, leise. Ich muss rum. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Hier oben am Berg sind sie. Dann weg da. Dann weg. Dann weg. Dann weg das. Dann weg das. Genau hier vor dir. Das sind aber nicht die. 31 blau. Leute man guckt doch bitte um euch wo die alle sind man Ich will die nicht so rumschreien. Manche kann sich nicht konzentrieren. Ja bitte alle nicht so rumschreien bitte. Ich sehe halt einfach gar keinen. Ne ist da auch keinen mehr. Was für mit dem Ding alter? Die riften. Ja boh hinter uns hinter uns. Da vorne. Der eine ist genockt. Oh shit. Kann nichts machen. Achtung da kommt zu dir Maurice. Ja ey Mann. Cenk der ist doch hier drin Cenk. Ja was soll ich machen? Der ist oben. Ja geh rein töte den. Abo. Alla. Oh Platzierung 8 aber ok. Ich hab keinen Zopf mehr. Ja. Ja.